Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben Neuerungen bzw. Änderungen-Nerfs an einem Boss im Tempel der Jade-Schlange und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir gucken uns das Ganze jetzt direkt mal an und es geht dabei um Boss Nummero 2 und zwar Zwietracht und Streit. Kurz zur Erklärung, es ist ja immer so, dass ihr auf einen Mob euch fokussiert, der bekommt Stacks von Intensität. Dadurch bekommt ihr Schaden. Je mehr Stacks, desto mehr Schaden bekommt ihr. Bei 10 Stapeln wird der Boss unangreifbar, sodass ihr auf den anderen Mob switchen wollt, da dann Stacks aufbaut und der andere, wenn ihr ihn ignoriert, bekommt dann Schwinden, wodurch seinen Schaden quasi verpufft und so wechselt ihr zwischen den beiden hin und her, bis sie dann letzten Endes tot sind. Blizzard hat jetzt diesen Schaden von Intensität um 40% genervt. Also ich sag mal, ich war auf Tyranical plus 18 drin oder auch plus 19, aber den Run haben wir nicht geschafft, weil wir beim Endboss gescheitert sind. Und der Heiler musste schon echt richtig, richtig pumpen, also ohne CDs, DR, DDs und so weiter und so fort. Also Dev-CDs, Healpods und so weiter und so fort. Ist der echt sehr, sehr knackig gewesen. Das macht jetzt alles 40% weniger Schaden. Und ebenfalls dieses Agonie, was beide Mobs machen, davon wurde der Schaden ebenfalls um 37,5% genervt. Also alles in allem, klingt schon mal gut, hat aber einen kleinen Nachteil, und zwar dieses Gefühl der Überlegenheit. Ihr seht ja, die Gegenwart von Zwietracht gibt euch ein Gefühl der Überlegenheit, das einerseits euren verursachten Schaden und die von euch hervorgerufene Heilung um 25% erhöht, euch aber auch andererseits Schaden zufügt, solange das Gefühl anhält. Der lindende Schaden ist für jede Sekunde, in der ihr ein Gefühl der Überlegenheit habt, um 10% erhöht. Solange ihr diesen Buff von Zwietracht habt, oder zumindest vorher war es so, dass diese Erhöhung der Heilung stacken konnte. Das hat Blizzard gefixt, sodass es jetzt nicht mehr funktioniert. Also bekommt, wenn, diese 25%, aber das war's. Und gleichzeitig ist es wohl so, dass der Damage-Stack vorher, laut Angaben von Blizzard, nicht funktioniert hat richtig, sodass das wohl weiter nach oben stackt, und zwar richtig. Also vorher war es wohl in irgendeiner Weise defekt. Und gleichzeitig der Schaden, den ihr erleidet, wird aber nicht mehr beeinflusst von Stacks von Intensität oder Schwinden. Das war wohl vorher auch der Fall, dass der davon beeinflusst werden konnte. Also alles in allem, was ich gesehen habe, der Schaden, der reinkommt, ist alles in allem um 40%, etwas weniger, reduziert worden. Im Gegenzug dazu, oder dafür hat euer Heiler, aber, oder ihr als Heiler, zukünftig ein bisschen mehr zu pumpen. Dadurch, dass das Gefühl der Überlegenheit nicht mehr stackt. Ihr solltet daher also bei rund 6 bis 7 Stacks von Intensität swappen, damit das, ja, nicht so schlimm ist. Und alles in allem, so wie ich es gelesen habe, auf Wowhead und auch auf Reddit, soll es wohl dafür sorgen, dass die Heiler trotz allem bei dem Boss etwas entlastet sind. In dem Sinne, das Ganze wurde per Hotfix aufgespielt. Es sollte also auch schon live sein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Heiler seid, oder wenn ihr schon in der Inni unterwegs wart, inwiefern sich dieser Buff, oder Nerf, sagen wir es mal eher, für die Mobs bemerkbar macht. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Und damit Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.